Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Bald ist ja Weihnachten und weil es zur Weihnachtszeit einfach so schön passt und wir allgemein dieses Jahr relativ wenig verlost haben, habe ich mir gedacht, dass wir jetzt im Dezember ein paar kleine Gewinnspiele raushauen. Und klein ist in dem Fall mal wieder ein bisschen untertrieben, denn ich habe Gewinne für euch organisiert, die es so in der Form auf dem Kanal hier noch nicht gegeben hat. Und was ihr dieses Jahr gewinnen könnt, ist meiner Meinung nach wirklich heftig, denn den Anfang macht diese Woche ein extrem fettes und komplettes High-End Gaming Setup von Asus ROG und das hat einfach mal einen Gesamtwert von knapp 1500 Euro. Und ich bin mir sicher, dass das was ist, womit eigentlich jeder von euch was anfangen kann, einfach weil das Gesamtpaket mehr wert ist als wahrscheinlich 90% der Gaming-PCs, die bei euch zu Hause so rumstehen und es somit für die meisten ein krasses Upgrade sein sollte. Ich freue mich jedenfalls riesig, euch also meiner Community mal wieder was zurückgeben zu können, denn das Jahr war für den Kanal hier wirklich erfolgreich und ohne euren ganzen Support und das positive Feedback, was von euch kommt, wäre das Ganze in der Form so nicht möglich und dafür bin ich euch natürlich unglaublich dankbar. Aber in dem Video soll es jetzt vor allem um das Gaming-Setup gehen, was ihr gewinnen könnt und wie genau das funktioniert und natürlich was genau ihr gewinnen könnt, schauen wir uns nach dem Intro und einem kleinen Werbespot an. Kleiner Spoiler, ihr solltet auf jeden Fall gut aufpassen und vor allem hinschauen, weil das kann sich bei dem Gewinnspiel hier auf jeden Fall am Ende auszahlen. Dieses Video wurde freundlicherweise unterstützt von Letyshops, den Cashback-Anbieter kennen inzwischen sicher die meisten von euch und die Seite ermöglicht es euch beim Online-Shopping richtig viel Geld zu sparen. Partner sind zum Beispiel Alternate, Rakuten, Cyberport, aber auch etliche Reiseseiten und Dienste wie zum Beispiel Lieferando, bei denen ihr bares Geld sparen könnt, wenn ihr das nächste Mal was im Internet bestellt. Das Ganze funktioniert natürlich auch bei Technikprodukten und Hardware, ganz neu bei Letyshops ist zum Beispiel Saturn und da gibt es gerade 2% Cashback, also ein Shop, der gerade auch bei Peripherie und Grafikkarten immer wieder gute Angebote hat. Um das Cashback zu aktivieren, müsst ihr einfach nur auf den Link auf Letyshops klicken und dann werdet ihr automatisch zum Shop weitergeleitet. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel eine Grafikkarte bestellt, dann können das schon mal 20 Euro und mehr sein, die ihr da sparen könnt, was ich übers ganze Jahr gesehen natürlich ganz schön summieren kann. Schaut also auf jeden Fall mal beim Link in der Beschreibung vorbei und meldet euch bei Letyshops an, weil so hab auch ich schon richtig viel Geld sparen können. Und in meinen Augen ist das hier auch das ultimative Gaming Setup 2020, einfach weil die Sachen somit die besten sind, die man aktuell in den jeweiligen Bereichen so kaufen kann, denn wir haben hier nicht nur eine super schnelle mechanische Gaming Tastatur mit Original Cherry MX Switches und die aktuelle kabellose High End Gaming Maus von Asus, sondern sogar einen 35 Zoll Ultra Wide Gaming Monitor mit UWG-UHD Auflösung, 100 Hertz und FreeSync und das war auch noch nicht alles. Bevor wir uns jetzt die Einzelteile im Detail anschauen, würde mich vorher noch wirklich interessieren, auf was für Sachen ihr aktuell so zockt. Was habt ihr für einen Monitor, welche Tastatur, Maus und welches Headset benutzt ihr aktuell? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, ich bin echt gespannt, wie euer Equipment so aussieht. Herzstück des Gaming Setups ist natürlich mal wieder der Monitor, das ist in dem Fall hier ein Asus ROG Strix XG35V Q und damit ein absolutes High End Modell mit Features, die man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen muss. Wir haben ein 35 Zoll großes 21 zu 9 Curved Display mit hochwertigem VR Panel, also im Widescreen Format, UWG-UHD Auflösung, also 3440 auf 1440 Pixel, für einen Gaming Monitor eine sagenhafte 100% sRGB Abdeckung, trotz der hohen Auflösung 100 Hertz Bildwiederholrate, FreeSync bzw. Adaptive Sync mit Ultra Low Motion Blur, Blaulichtfilter, Flicker Free und obendrauf natürlich das super schicke Asus Design mit RGB Beleuchtung, super schmalen Rändern und natürlich der bekannten und mega coolen Beleuchtung unter dem Monitor. Man kann also schon sagen, dass das gewissermaßen die eierlegende Wollmilchsau unter den Monitoren ist, weil es eigentlich kein Feature oder Einsatzbereich gibt, den der Monitor nicht abdecken könnte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich an der Stelle schon ein bisschen neidisch auf den Gewinner bin, weil ich habe den Monitor ja gerade hier stehen und ich hätte nicht gedacht, dass ein Curved Monitor mit VA Panel ein so gutes Bild haben kann. Die passende Tastatur dazu ist natürlich ebenfalls das aktuelle Flaggschiff-Modell von Asus, und zwar die ROG Strix Scope mit originalen Cherry MX Red Switches in der RGB Variante. Die Scope bietet natürlich alle erdenklichen Gaming Features, wie frei programmierbare Makros, N-Key-Rollover, Anti-Ghosting und 1000 Hertz Polrate. Daneben bekommen wir eine der schönsten RGB Beleuchtungen überhaupt, denn hier ist jede Taste einzeln beleuchtet und lässt sich natürlich auch individuell ansteuern. Alles ist voll Asus Aura-kompatibel und im Zusammenspiel mit dem restlichen Setup lassen sich da wirklich coole Effekte zaubern. Außerdem ist die Tastatur aus Aluminium gefertigt, was sie einfach mega hochwertig wirken lässt. Zur Seite steht hier die neue Asus CheckRam Wireless Gaming Maus mit optischem PixArt PMW 3335 High-End Sensor, 16.000 DPI hochwertigen Omron-Schaltern für die Maustasten, welche sich in dem Fall hier sogar selbst tauschen lassen, und natürlich gibt es ebenfalls eine schicke und Asus Aura-fähige RGB-Beleuchtung. Außerdem haben wir neben den 5 Tasten auch noch einen kleinen Analogstick auf der Seite, der bis zu 256 Richtungen erfassen kann. Die Maus hat aber noch mehr Besonderheiten. Zum einen ist sie kabellos, arbeitet aber dank dem schnellen Empfänger komplett latenzfrei, hat bis zu 100 Stunden Akkulaufzeit und benötigt nur 15 Minuten Ladezeit, um für 12 Stunden Saft zu haben, so dass man sich was das angeht absolut keine Sorgen mehr machen muss. Aber es kommt noch besser, und zwar lässt sich die Maus komplett kabellos über das Mauspad laden. Das ist nämlich ein Asus ROG Balteos QI, unterstützt also wie der Name schon sagt die QI-Technologie und kann damit Mäuse, aber auch zum Beispiel euer Smartphone kabellos aufladen. Und ansonsten erfüllt es natürlich den ganz normalen Zweck von einem Mauspad und sieht dabei dank der RGB-Beleuchtung auch noch ziemlich cool aus. Damit es auch bei dem Setup ordentlich was auf die Ohren gibt, gibt es obendrauf mit dem ROG Strixx Go 2.4 auch noch ein hochwertiges Wireless-Headset im Wert von knapp 200 Euro. Das bietet nicht nur einen super hochwertigen Hi-Res Audio DAC, sondern auch ein abnehmbares Mikrofon mit Noise Cancelling und wie der Name verrät, ist das Gerät auf Mobilität ausgelegt und lässt sich daher, wie man es auch von anderen Kopfhörern kennt, einfach zusammenklappen, damit man das besser mitnehmen kann. Am besten gefällt mir an dem Gerät aber, dass es so unauffällig aussieht, das heißt man kann die Kopfhörer auch draußen tragen, ohne dass man vielleicht schief angeschaut wird, weil man ein Gaming-Headset mit RGB-Beleuchtung auf dem Kopf hat. Platz findet das Gerät auf dem Throne QI-Headset-Ständer, der sieht nicht nur verdammt cool aus dank der RGB-Beleuchtung im Standfuß und dem Holo-Emblem, sondern kann ebenfalls kabellos Geräte laden. Und im Standfuß gibt es praktischerweise sogar noch einen kleinen USB-Hub. Alles in allem also ein ziemlich krasses Setup, hier kommen eigentlich nur High-End-Produkte zum Einsatz und ich habe es ja schon am Anfang gesagt, das hat einfach mal einen Gesamtwert von über 1500 Euro. Aber was euch wahrscheinlich noch viel mehr interessiert ist, wie ihr das ganze Setup gewinnen könnt. Dafür müsst ihr dieses Mal einfach nur auf den Link unten in der Videobeschreibung klicken, der euch zu meinem Gewinnspielformular bringt. Um teilzunehmen müsst ihr dann einfach nur meinen YouTube-Kanal abonniert haben, E-Mail-Adresse und YouTube-Namen eintragen, damit ich das auch überprüfen kann und anschließend die vier Fragen beantworten. Die Lösungen zu den Fragen sind alle hier im Video versteckt, wer also einfach durchgeskippt hat, wird leer ausgehen und wer irgendwelche Lösungen in den Kommentaren spoilert, wird natürlich auch von der Verlosung ausgeschlossen. Dieses Mal habt ihr übrigens zusätzlich auch noch die Möglichkeit, eure Gewinnchancen zu verdoppeln. Dazu müsst ihr mir einfach auf Instagram folgen und dann im Formular natürlich auch euren Instagram-Namen eintragen, damit ich das ebenfalls überprüfen kann. Und mir auf Instagram zu folgen ist sowieso sinnvoll, weil ich da immer wieder cooles Zeug raushaue und ihr so garantiert keine Verlosung mehr verpassen könnt. Das Gewinnspiel läuft bis zum 22.12. und der Gewinner wird dann am folgenden Tag von mir bekannt gegeben und natürlich auch kontaktiert. Und das war's eigentlich auch schon. Ich hoffe natürlich, dass euch das Setup gefällt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch jedenfalls allen viel Glück und hoffe natürlich, ich sehe euch im nächsten Video.